Sand, kein Sand, äh, Quartz, Block of Quartz, kein Sand, hab ich hier vielleicht noch Sand drinnen? Stimmt. Sandstone, wer verdammt nochmal alles in der Welt braucht. Sandstone, dann nehmen wir eben Sandstone, ist der auch gleich weg, aber vorher holen wir noch Sand, was sehr logisch ist, erst das eine, dann das andere. Und noch logischer ist es, das Ganze ohne Schaufel abzubauen. Hm, reicht mir jetzt die Fall wieder einzulaufen? Nein. Das Geräusch ist doch super entspannt. So, das reicht. Ich finde das sieht modern aus, oder? Also, ja, bis auf die untere Etage, aber sonst, sieht doch recht modern aus. Und natürlich, den Aufzug ist auch nicht modern. Sandstone. Zack, rein mit hier. Hm, den Diamond Dust, den kann ich schon mal umbauen. Zack, 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 zack. Ja, kommt tatsächlich Sand raus. Super. Okay, das dauert noch was. So, kann ich in der Zwischenzeit hier irgendwas ausprobieren an Experimenten? Nein, das Ding dauert noch jede Menge. Ich baue noch so eine Plätternbox. Die könnte ich dann nicht genau hier hin bauen. Das würde dann das alles auch betreiben. Ah, ich könnte das Ding mal wieder ein bisschen befüllen mit so einigem sinnlosen Zeug. Dass mir das dann wieder mehr sinnlose Teile bringt. Ja, 13. Komm, kriegen wir noch was hin. Wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich. Glas. Vier Stück. So. Vier weitere. Okay, vielleicht lasse ich auch einfach alle Sicherheitsverkehrungen außer Acht. Und baue das Ding einfach. Nicht hier hinten hin. Sondern... Ich baue es hier hin. Direkt hier. So. Ja. Komm, ans Ende... Ich guck mal, was ich noch aus dem Zeug rausholen kann. Ich glaub noch zwei. Okay, ich baue es direkt dahin. Ich hab keinen Bock da drauf, die ganz nach hinten laufen zu lassen. Habe ich jetzt natürlich alles verbraucht. Zweimal Silver brauche ich noch. He... 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 He damit. Silver rein. Great. Zack. Beide ich ein bisschen. ich hab nicht die ganze stunde zeit aber ja die habe ich ja zeit 5.000 ich brauche 22.000 davon für nur einen bucket für nur ein iridium plate und ich glaube ich brauche 10 iridium plates oder was ich brauche jede menge advanced alloy ach so ja natürlich also ich brauche 16 16 iridium ja ist ja fast nichts elektronik jackpack habe ich ja auch sowieso gut ab nach unten ich müsste mal portal wieder weiterspielen ich habe das ein zwei tage gespielt also zwei tage durch weg gesuchtet und dann ist es mir abgestürzt und dann habe ich nie wieder angefangen also da ist noch schätze nachholbedarf wo ist das ding hin gut ich habe mich verzählt mal wieder da kommt noch mehr raus ich Idiot ich Idiot ich Idiot ich Idiot ich kann nicht sagen was passiert was passiert besser öffnen 5 ich will das mal wieder aus Maccarratars 1, 2 und dann kommt 1 und 1 runter und dann ist hier unten so der Generator, dann baue ich hier die Seite aus wie ein Frost Stone, am besten das Ding hier auch, so dann bläst das in die Richtung und in die Richtung, die könnte ich auch bauen und die auch, auf jeden Fall die Seite, kann ich ja schon mal anfangen, oder ich mache erstmal die Sachen, geht auch, Clear Glass, ah super, weil jetzt wirklich zwei Stück sonst zu wenig, das kann doch nicht wahr sein, dass es so richtig scheiße ist, da, ein Silver, zack, und dich habe ich auch, super, hallo, bleibst du wohl bei mir, so wir hatten hier irgendwo ein Stack Renforce Stone, da, und ja, ich habe ihn mir gecheatet, ich bin ein böser, äh, aber ich möchte, dass ihr das hier davon seht und seht und nicht, dass ich die ganze Zeit ständig meine Durchstummeheit, meine Sachen verliere und ihr dann mitbekommen müsst, wie ich die neu mache, äh, ja, ich würde sagen, hier oben ist auch mal ein bisschen angebracht, was noch, soll ich auch hier, hallo, nein, das dauert so lange abzubauen wie Obsidian oder so, und das ist richtig heftig, ja, da habe ich es, was, ich habe nur noch sieben Stück, ja, okay, dann kann ich ja die auch komplett verbauen, so, und hier noch, so, dann habe ich hier jetzt Platz und da auch ein bisschen, aber es ist ja halb so schlimm, so, Reaktor, da ist der drinnen, ich muss immer den Reaktor verfehlen, das ist so eine Sache, okay, äh, ist auch gut eigentlich, dass ich den hier hinbauen möchte, weil sonst wäre wahrscheinlich nicht an die Sache dran gekommen, an die, 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 keine Ahnung, ähm, sonst wäre der Chunklo da wahrscheinlich nicht dran gekommen, das wäre etwas doof gewesen, so, mal gucken, äh, Maximum Power, keine Angabe, keine Angabe, gut, der wird Maximum Power mit 32 befeuert, der bräuchte das Transformer Upgrade, ich weiß jetzt nicht, ob das so viel schneller geht, der bräuchte auf jeden Fall das Transformer Upgrade, ja, damit der, nicht kaputt geht, each.